Wir sind jetzt gerade im Home-Menü, würde ich mal sagen, von Redlands Aufstieg von Berg. Und zwar müssen wir erstmal den Bonus hier einsammeln, weil wir wissen, ist jetzt falsch gesagt, aber... So, das ist ungefähr unsere Welt, das ist unser Berg hier, das alte Berg, um genau zu sein. Und ja, ich würde sagen, wir bauen hier die Dinger. Ich weiß nicht, wofür die jetzt gerade sind. Das ist ein Fischbelken, ich nehme an, da kann man Fische sammeln. Und das ist ein Holzleiber für Holz dann. Könnt ihr da oben auch sehen. Und dann kriegen wir halt immer so... Es ist so ein bisschen wie Jurassic Park, dieses Handy Spiel. Ähm... Und ja... Wir kriegen hier so... Packs, würde ich sagen, so... Da haben wir so Karten drin. Dann kriegen wir diese... Münzen hier, Runenmünzen oder so, keine Ahnung. Und... Ja... Wiii... Die geht wieder runter. So. Und dann würde ich sagen, schicken wir erstmal ohne Zahn hier... Äh, eigentlich hätten wir jetzt eine gesucht, aber... Der muss noch ein bisschen aufgelevelt werden. Mhm. Zur Akademie. Äh... Auf... Achso, das geht natürlich nicht, klar. So, dann aufwerten. Fünf Wikinger. Bauen wir. Gratis fertigstellen. Nice. Sie sind zur Stufe aufgestiegen. So, und dann haben wir hier drüben noch einen kleinen... süßen, riesenhaften Albtraum. Und stecken ihn in den Fisch holen. Und ihn hier lassen wir das Holz holen. Das können wir jetzt auch aufwerten. Und dann würde ich sagen... Schön, was wir noch machen können, oder? Also da ist Eis. Hast du das... Wie geht es? Wie geht es? Europas..." Paprika 광si wird auf Communications 악entrcond. machen hier so ein Anliebungsgebiet und der ist ja da schön sehr cool oh gut, ich will was entferne acht Bäume okay, let's go so, nice ich hab ein bisschen gebaut was hab ich dir gemacht haben wir gut wir machen trotzdem noch mal Bolle weg so, jetzt haben wir mit Sicherheit genug ähm so, also Unzahlen ist jetzt vom Training zurück und das hat er dabei oh, richtig viel Holz yes, Level acht okay, cool ah ja, dankeschön man was sind wir hierhin so platzieren so aneinander mal haben wir den Platz für die anderen für andere Sachen neben vorn was ist denn Sonnensturm, bitte? kann ich mich mal anschauen, wie unfair Sekunden let's go also Unzahlen ist jetzt auch wieder da von seiner Reise noch mal und zwar mal schauen, haben wir ihn geschafft und ach man okay, wir haben also kein Ei bekommen das ist blöd aber passt so, die platzieren wir da das schnelle ich mir und ich hole das hier drüben hin nice so hol euch bitte noch mal Holz und du auch so und den lassen wir jetzt auch mal versuchen hier das schnelle ich mir